da ist er eben habe ich ihn ganz nahe gehabt hier hinten ist er ich habe eben drei meter am segel gehabt da fliege ich nicht mehr mit es geht es nicht mehr fliegt es geht es nicht mehr fliegt Ja, das ist jetzt! Prima! Da hängt er wie ein Schluck Wasser an die Kurve. Warte, warte! Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt kommt Regen tropfen! Hi! 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 So, Regentropfen sind in der Luft Heiland des Lebens! Hahaha!